Mein Outfit of the Day ist heute die Japan TKY Kollektion und zwar ein ganz schmal geschnittener Blazer in lila, den gibt es noch in pink, in schwarz und in beige. Und dazu habe ich mich für eine ganz klassische Hose entschieden, nämlich eine Skinny Form unten mit einem kleinen Umschlag und ich zeige es dir mal gerade mit einer Bügelfalte.